Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des 911 Operators, heute am Freitag, ne, doch, Freitag, Wochenende steht kurz bevor, jedenfalls bei mir, ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, zack, äh, also jedenfalls bei mir, sollte, äh, hier ist mal los heute, ist ja, warte, 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 warte. Wo ist der Auto? Es ist eine Restriktung. Kannst du mir die Adresse an, wo diese Auto ist, Herr? So, was ist es über diese Auto Auto, die dich beschäftigt hat? Private Auto ist hier nicht möglich. Warum ist das, Herr? Es ist für die Sicherheit. Vielleicht bin ich überreakt, aber kannst du es senden, die Polizei zu checken? Ja, natürlich, ich sende die Polizei zu checken. Danke! Bye! Pole rollt! Ich hoffe, dass das schon relativ zügig vorbei ist. Dann wird nämlich noch, oder der fertig ist, dann geht nämlich davon auch noch einer hin. Ich habe zu wenig Pol. 9-1-1, was ist deine Umstände? Hey, es gab eine Robberie? Wo hat das passiert? Around, äh... Du hast es? Ja, ich war schabt. Wo warst du? Ich habe schabt. Warte? Okay, ich möchte, du ruhig da und warten und warten. Die Ambulanz. Sure. Warte. 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 Ja, eine Gunde. Warte. Warte. Ich habe keine Ahnung. Sie haben nach unten. All right, sir, we'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, I will. Reporting. Reporting. We're done here. Reporting right away. What are the orders? Case. Case? I copy. Going there. Case. I'm going to get it. What are the orders? I copy. Going there. I copy. Going there. 10-4. I copy. Going there. Reporting right away. 911, what's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. So how long have you had this stomach pain? Um, that's about two weeks, I guess. What's your address, sir? Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. I copy. Going there. I'm going there. 10-4. Ready. Affirmative. 10-4. 11-1-0. 12-1-0. 12-1-0. 12-1-0. We are ready. 10-4. We are ready. Uh, quick move. We are ready. 10-4. 12-1-0. 17-4. 12-1-0. 12-1-0. 12-1-0. 12-1-0. 12-1. 12-1. Und mal ab! Can you tell what kind of injuries they have? I think one of the passengers broke his leg. Okay, just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. Are any of the vehicles blocking traffic? Yes, one of them can't be moved. When did it happen? Five minutes ago. Do you know who caused the accident? We're still arguing about that. Can you send the police to figure it out? Alright, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. 10-4 Und ab geht's! Lasst die bodies steigen! Was wird denn hier noch gebraucht? Erledigt! Tod! Ach, du designation Mitglied. Tod. Ach, du Heimatland. Hey, he's waking up. Can you stay with him and make sure he's completely okay? Sure, bye! So, meinungsfang rollt. What are the orders? Heading over there. Reporting. Ready for the next case. Understood. We are ready. Affirmative. Case resolved. Wird hier aber weniger hier. Case solved. Also, der Dingsbums-Einsatz hier ist nicht gut gelaufen. Der hat uns richtig abgezogen. Da müssen wir gleich mal gucken. Äh, wo der Rand ist? Na... Reporting. Order of the order. 10-4. I'm listening. Heading over there. 911, what's your emergency? Hello? It's been a car crash. Where did the collision happen? Around... When did it happen? Just a moment ago. Are there any injuries? Yes, one person injured. Can you tell what kind of injuries they have? One of the passengers says it's still a car crash really badly. Okay, just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both completely destroyed. Alright, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Okay, thank you. Wirklich wär's, dass das auch noch gebraucht wird. Deswegen mal wieder dahin. Also auch festgenommen. Zwei kaputte Fahrzeuge. Rettungsdienst rollt auch. Feuerwehr rollt auch. Ich werd die Feuerwehr aber auch mal dazu ziehen. Ich weiß nicht, ob der Heli das aushält. Ich hoffe es mal. Iss jetzt wird schon noch der Einsatz. geht auch so es läuft gut es läuft gut krankenwärm benötigt wo ist der Heli da oben ich will den Heli es ist aber schon feuer fertig läuft feuer 17-2 das ist nicht aber was soll man machen was haben wir den Ruf 38 wieder wird der letzte Runde auch 38 wir können es einfach bin ich der Meinung gut aber ich sehe das war es doch schon wieder mit der nächsten Folge Sniper One Operators das heißt ich bedanke mich fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder am Wochenende zum Sniper One Operator bis dann, danke, ciao